So, hallo und alle, ganz kurze Info für heute. Ich habe gestern vergessen, den Clan zu öffnen. Gestern war schon 1.9, da habe ich irgendwie verpeilt. Deswegen will ich das heute machen und ich werde natürlich auch mal vorher sagen, wann es ist, damit jeder wieder eine Chance hat. Ich werde den Clan auf öffentlich stellen heute Abend um, wie viel haben wir jetzt? 17 Uhr, ich würde sagen um 20 Uhr, also über zwei Stunden Zeit noch, bis ich den Clan auf öffentlich stelle. Also um Punkt 20 Uhr oder kurz vorher, kurz nachher, mal gucken, ich versuche mal das recht pünktlich zu machen. Ich hoffe, ich vergesse ihn nicht, ich werde meinen Wecker stellen. Dann werde ich den Clan hier auf öffentlich gestalten. Die restlichen Teammitglieder sind schon raus und hier bei Anpassen einfach aktuell geschlossen. Wechselst jetzt zum 1.9, da können jetzt nochmal neue Mitglieder mit rein, falls ihr Bock habt, meinen Clan zu besuchen. Im letzten Monat fand ich den Clan irgendwie sehr schwach, da ist echt nicht viel passiert. Deswegen hoffe ich mal, dass diese Season in Anführungszeichen der bessere wird. Also heute 20 Uhr mache ich den Clan auf, wer da zufällig gerade mehr in die ist, kann mal versuchen reinzugucken. Aber aus Erfahrung der letzten Male habe ich festgestellt, der war in der von fünf Sekunden voll. Ich versuche es, ich versuche mir die Atomu rauszusuchen, den Wecker vollzustellen, dass ich nicht vergesse. Und dann auf, genau um 20 Uhr das Ding freizuschalten. Nach meinem Bemühen. Es kann sein, dass es nicht klappt, aber drückt mir mal die Daumen. Bis dann und Ihnen eine genüssige Chance. Bis später. Bis dann. Untertitelung. BR 2018